Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Los geht's jetzt mit Union Berlin gegen Regensburg. Und wie immer bleibt schön sportlich fair in den Kommentaren. Übrigens, das soll ich nochmal dazu gesagt. Manche wissen das nicht, ich spiele die Partie nicht selber. Die Playstation steuert beide Teams. Ich habe mit dem Ausgang der Partie nichts zu tun und deswegen, ja, macht mir da keine Vorwürfe. Das ist FIFA und ich kommentiere es dann einfach. Los jetzt mit der Freitagabend-Partie. Der 1. FC Union Berlin empfing am 29. Spieltag am Freitagabend den SSV-Jahn Regensburg. Und die Berliner gerieten hier früh unter Druck, weil der SSV-Jahn eine richtig gute Leistung zeigte. Überhaupt eine überragende Saison im zweiten Zweitliga-Jahr. Der Regensburger hier dann die erste Möglichkeit, aber noch kein Problem für Gikiewicz. Dann auch mal Union Berlin nach vorne. Korea kann es erstmal klären, aber Anson hält den Ball im Gefahrenbereich. Akaki Wogia, Schmiedebach, super bei für Mees, der sich da absetzen kann. Und er trifft dann 24. Minute das fünfte Saisontor. Bleibt dann vor Penke Kuhl, schiebt ihn ins kurze Eck. Nicht zu halten für den Schluss mal der Gäste. Aber im zweiten Durchgang dann wieder erstmal die Gäste besser. Grötner gegen Gikiewicz. Was für eine Parade und was für eine Chance. Der Ausgleichstreffer wäre durchaus verdient gewesen, weil der SSV-Jahn hier eine überragende Leistung ablieferte. Und dann auch wieder zu Standards kam. Und jetzt ist da Thalhammer und der macht das Ding rein. Ausgleich in der 56. Minute. Maxi Thalhammer gleicht aus. Absolut verdient. Union Berlin nach vorne. Lange Zeit zu harmlos und unsichtbar. Jetzt kam sie aber mal zu einem Konter. Schmiedebach auf Mees. Wieder Joshua Mees, der hat viel Zeit und viel Platz und wuchtet ihn dann rein. Der Siegtreffer in der 78. Spielminute nicht verdient, aber so wichtig für Union oben dran zu bleiben. Da haben sie mal ihre Spitzenqualität unter Beweis gestellt und siegen dann gegen Regensburg mit 2 zu 1. Aue führte in der 5. Spielminute einen sehr guten Angriff durch und konnte durch Jan Hochscheid dann auch das 1 zu 0 erzielen. In der 5. Spielminute machte er das überragend. Liester Kevin Müller keine Chance zum Agieren Heidenheim, aber nur wenig später dann mit dem Ausgleich. Robert Glatzen in der 8. Spielminute macht er richtig stark. Menel steht vielleicht etwas zu weit vor seinem Kasten, aber der ist perfekt platziert und dann lässt sich da auch nicht ganz so viel machen. 16. Minute. Es war wirklich eine turbulente Anfangsphase. Das 2 zu 1 durch Nikola Dovedan, der frei zum Schuss kommt vor Martin Menel, viel zu viel Zeit hat und dann das Ding reinhämmern kann. Menel ist fast noch dran, aber kann es nicht mehr verhindern. Und die Entscheidung in der 45. Minute. Robert Andrich mit dem 3 zu 1. Die Flanke wird länger und länger. Marise verschätzt sich. Andrich steigt dann hoch, verlängert den Ball ins lange Eck. Für Menel ist nichts mehr zu halten und so gewinnt Heidenheim am Freitagabend mit 3 zu 1 gegen Aue. Bitter für den SV Sandhausen zuletzt gegen den Sportclub aus Paderborn in der letzten Minute noch das 1 zu 1 zu kassieren. Und jetzt mussten sie auf Gislason verzichten. Er hatte sich eine leichte Verletzung zugezogen, aber sie spielten gegen Dresden gar nicht so schlecht. Von Beginn an Behrens und dann Karl mal mit nach vorne gekommen. Heute auf der 6 aufgeboten, aber noch ohne Erfolg. Nun auch die SG Dynamo. Burnic auf Kone. Der Ball irgendwie zu Erich Berko und das 1 zu 0 für die Gäste. 35. Minute das 4. Saisontor für Erich Berko. Durchaus sehenswert diese Abnahme ins rechte Eck. Aber Sandhausen brauchte nicht lange, um sich davon zu erholen. Spielte sehr gut über Behrens und Andrew Wooten nach vorne. Und dann das postwendende 1 zu 1. 38. Spielminute 12. Saisontor für Wooten. Da gibt es ja auch einige Gerüchte, was den Wechsel angeht. Ein Verbleib in Sandhausen ist fast ausgeschlossen. Hier nach einer Stunde setzt er sich dann gegen Burnic gut durch. Behrens legt auf zu Karl und der scheitert kläglich. Ist eben kein Stürmer. Und jetzt wieder Dresden im Gegenzug. Artig. Berko. Burnic. Super Schuss. Und dann das 2 zu 1. Und das 68. Minute. Schöne Stafette. Kone bleibt dann cool vor Schuhen und setzt ihn dann in den Kasten rein. Kone dann mit dem entscheidenden 3 zu 1 in der 79. Ärgerlich für Sandhausen. Sie spielten hier lange Zeit auf Augenhöhe. Dann wurden sie ja aber überrannt. Sandhausen unterliegt damit mit 1 zu 3 gegen Dynamo. Und damit müssen sie weiter nach unten schauen. Für Dresden ist der Abschiegskampf damit schon fast vergessen. Nach dem Last-Minute-Sieg in Hamburg wollte der 1. FC Magdeburg seinen Dreier gleich nochmal mit einem nächsten Sieg vergolden. Und da machte Felix Lohkemper in der 20. Spielminute auch per Kopf aus kurzer Distanz das 1 zu 0 gegen Hoyer Fernandes. Und den Endstand erzielte Felix Lohkemper bereits in der 45. Spielminute. Ein Doppelpack des Magdeburger Stürmers, der auch wieder Spieler des Spiels war. Klar mit seinen zwei Toren erheblichen Anteil an diesem Spiel hatte, an diesem Sieg hatte. Magdeburg gewinnt also zum zweiten Mal in Folge. Der MSV Duisburg konnte nicht an das Spektakel gegen den 1. FC Köln anknüpfen. 4 zu 4 lautete es da am Ende eine super Leistung. Hier verloren sie aber gegen den Sportklub aus Paderborn mit 1 zu 0, weil Kai Pröger in der 28. Minute das Tor des Tages erzielte. Die Gäste aus Fürth gingen in Bochum in der 24. Spielminute mit 1 zu 0 in Führung. Sebastian Ernst setzte da einen Kopfball schön platziert oben ins Eck und Manuel Riemann konnte dann da nicht mehr viel eingreifen. Der dreht sich da wirklich tückisch rein und ist dann nicht mehr zu erreichen für den rosa gekleideten Heimkeeper. Aber Lukas Hinterseer erzielte in der 32. Minute den Ausgleich. Macht er auch richtig schön mit dem linken Fuß oben links rein. Für Sascha Burchardt ist da mal nicht wirklich was zu halten. Schlägt zwar nicht direkt im Winkel ein, aber da ist er dann nicht lang genug im Endeffekt. Lukas Hinterseer in der 54. Minute dann mit dem 2 zu 1. Ein Stickerfehler von Burchardt, der kommt raus, wird dann bestraft für seinen Einsatz, weil er nicht mehr rechtzeitig zurückkommt. Also der Doppelpack schon mal von Lukas Hinterseer und er hatte dann im Endeffekt noch einen im Köcher. 90. Minute das 3 zu 1 und damit auch der Endstand für Bochum. Die gewinnen hier ganz wichtig gegen Gräuter Fürth mit zwei Toren Unterschied und können damit die Fürther wieder in der Tabelle überholen. Es ist kaum in Worte zu fassen, wie wichtig diese Punkte für den FC Ingolstadt waren. Zuletzt gegen den MSV Duisburg. Jetzt kamen die Kieler Störche mit dem 2 zu 1 in Unterzahl gegen St. Pauli im Rücken hier in den Audi Sportpark. Die bekamen dann aber erstmal Druck und Kenneth Kronheu muss sich in der Frühphase dieser Partie gleich mal auszeichnen. Über eine halbe Stunde gespielt, die Kieler spielten abwartend und kamen dann jetzt auch mal nach vorne. Dem heute auf der linken Position in der Verteidigung, weil Vandenberg gesperrt war. Da versucht er es dann mal, wird aber abgewehrt, somit keine wirkliche Gefahr in der Szene. Zweiter Durchgang. Holstein Kiel nun etwas produktiver nach vorne. Jason Lee auf Kerazor. Der hat den Überblick. Da kommt Kammerbauer mit. Der ist heute auf der rechten Verteidigungsposition aufgerückt. Oder reingerückt. Spielt auf Mühling. 57. Spielminute. Die Gäste wurden jetzt deutlich besser und waren knapp davor, den Treffer zu erzielen. In der Schlussphase jetzt aber nochmal die Schanze etwas besser. Krause, Kohen, Lescano, Gauss zu Kittel und was für eine Chance. 88. Minute. Riesenmöglichkeit. Tolle Parade von Kronholm. Und dann nochmal in der Nachspielzeit die Gastgeber. Lescano auf Bledel. Der Ball rollt durch den 16er. Und Kronholm wehrt den Ball mit den Händen ans Aluminium. Riesenglück am Ende für Kiel hier nicht die Punkte oder den Punkt am Ende aus den Händen zu geben. Ingolstadt hätte vielleicht am Ende sogar den Dreier verdient gehabt. Der FC St. Pauli steckt in einer ganz tiefen Ergebniskrise und spielerisch läuft es auch alles andere als rund jetzt kam. Der deutsche Sportclub aus Bielefeld nicht unbedingt wie gerufen. Die sind klasse drauf in den letzten Wochen und so traten sie auch mit beiter Brust auf. Auf 27. Minute Fabian Klos mit seinem 14. Saisontor hängt den oben rechts rein. Nicht zu halten für Sven Brodersen. Und direkt die nächste Möglichkeit. Pauli verliert den Ball nach dem Anstoß. Vogelsammer legt ihn in die Mitte und dann Jonathan Klos. Der Franzose in der 32. Spielminute. Tolle Tat von Brodersen. Himmelmann-Ersatz. Und wieder eine unaufgeräumte Defensive der Braun-Weißen. Kam jetzt mal vor der Pause endlich nach vorne und zeigt mal eine Offensivaktion. Alargui, Alex Meyer mit einer schönen Drehung, aber auch eine ganz tolle Parade von Ortega Moreno. Hält damit die knappe Pausenführung fest. War auch absolut verdient. Dieses 0 zu 1 nach 45 Minuten. Zweiter Durchgang. Nun St. Pauli etwas mutiger. Mussten sie jetzt auch werden. Nalargui. Aber kein Problem für den Bielefelder Schlussmann. Den fängt er sogar ganz sicher. 20 Minuten vor dem Ende. Nun die Gäste nochmal etwas aktiver. Vogelsammer mit der Flanke. Fabian Klos mit dem deutlich besseren Laufweg als Christian. Christopher Avevoir. 15. Saisontor für Klos. Und jetzt war alles klar. Der FC St. Pauli zwar nochmal ehrenwert in der Schlussviertelstunde nach vorne unterwegs. Mats Möller-Dehli kann den Ball da behaupten. Legt zurück zu Jeremy Duziak. Aber da ist Brunner dazwischen. Und verhindert den Eintreffer für die Gastgeber. Die nächste Pleite also für den FC St. Pauli absolut verdient. Bielefeld war hier die abgezocktere und bessere Mannschaft. Das Topspiel in der zweiten Bundesliga. Der erste FC Köln gegen den Hamburger Sportverein. Der HSV muss nach dem 1-2 gegen Magdeburg am Montagabend hier wieder drei Punkte einfahren. Von hinten drücken etliche Mannschaften. Besonders Union Berlin. Hier starteten sie aber miserabel rein. John Cordoba in der fünften Spielminute mit dem 1-0. Ein dramatisches 4-4 der Domstädter zuletzt gegen die Maidericher am Mittwochabend. Hier wollten sie es wieder gut machen. Viertelstunde gespielt. Genialer Ball von Sakai auf Khaled Narei. Der heute in der Startelf für den gesperrten Luis Holtby. Und der bleibt vor Timo Horn aber nicht cool genug. Das muss es sein. Das weiß er. Das weiß ganz Hamburg. 25 Minuten von der Uhr. Wieder mal eine Standardsituation für die Kölner. Beste Stimmung natürlich an diesem Montagabend. Bundesliga-Feeling. Kopfball von Lasse Sobig. Hat auch mal beim HSV gespielt. Aber in die Arme von Pollersbeck. Jetzt kam der HSV vor der Pause nochmal zu einem Angriff. Narei ist das wieder der auffälligste Hamburger im ersten Durchgang. Aber er war noch nicht vom Erfolg gekrönt. Der gute Auftritt von Khaled Narei. 45 Minuten waren dann gespielt. Das frühe 1-0 durch John Cordoba betitelte dann auch erstmal das Halbzeitresultat. Aber es ging im zweiten Durchgang richtig hoch her. Luis Schaub mit der Übersicht zu Florian Kainz. Heute sehr auffällig. Da ist die Flanke. Dann Van Drongelin, der den Ball rausklärt. Aber nochmal Florian Kainz mit seinem rechten Fuß. Der hatte Lust hier einen Treffer zu erzielen. 50. Minute. Der ging aber ins Fangnetz. Nun wieder der HSV Mangala und La Soga über die linke Seite. Super Flanke von Douglas Santos und Khaled Narei mit dem 1-1. Jetzt konnte er sich endlich belohnen für einen engagierten Auftritt. Und nicht der ganz unverdiente Ausgleich zu diesem Zeitpunkt. Der erste FC Köln wieder mit einem Gegentor. Aber jetzt Papadopoulos mit dem Fehler im Spiel nach vorne. Florian Kainz zu Clemens. Der bekommt den Ball dann wieder. Dieser Florian Kainz. Und jetzt macht er das Ding rein. 61. Minute. Wieder die Führung für die Gastgeber. Eben näherte sich Kainz noch an. Jetzt hämmerte er den Ball in den Knick. Nur wenig später. Wieder Köln. Jetzt die beste Phase. Der Mannschaft von Markus Anfang. Das 3-1. 68. Minute. Was für ein Treffer von Jonas Hector. Noch schöner als der von Schaub. Für den HSV konnte es einem leid tun. Und da flogen Polasbeck die Bälle nur so um die Ohren. Aber sie gaben sich nicht auf. Die Gäste. La Zogga zu Mangala. Und Becquery hatte er in der 85. Minute mit dem Anschlusstreffer. Und die Hoffnung war wieder da. Nur noch ein Treffer. Und dann zumindest der moralische Punktgewinn. Gegen den Tabellenführer. Und tatsächlich gab es nochmal eine Chance. Für den HSV. Letzte Minute der Nachspielzeit. Das mussten sie am Montagabend selbst zu schmecken bekommen. Jatter mit der Ecke. Und dann ist da Van Drongelen. Timo Horn verschätzt sich. Aber er kriegt den Ball nicht mehr kontrolliert. Weil Horn ihn da auch irritiert. Fliegt da vom Ball vorbei. Aber es wurde nicht bestraft. In einer tollen Montagabendpartie. Gewinnt der 1. FC Köln. Gegen den HSV. Am Ende etwas glücklich. Mit 3 zu 2. Der SV Meppen spielte zuletzt 1 zu 1 in Münster. Jetzt kam der Hallesche FC mit einem Sieg im Rücken hier in die Hensch Arena am Freitagabend. Und das war dann eine sehr ausgeglichene Partie in der Anfangsphase. Also nun erstmal die erste Chance für die Gastgeber. Piyosek mit dem Distanzschuss. Aber erstmal festgehalten von Eisele. Nun die Ecke von Jopek. Stark getreten Sebastian May. Kurz vor der Pause. Mit dem 1 zu 0 auf dem Schädel. Fehlen dann aber ein paar Zentimeter. Nun wieder die Gastgeberstunde gespielt im 2. Durchgang jetzt. Die Blau-Weißen. Mit der Mehrzahl an Chancen. Schöner Distanzschuss. Aber Eisele zeigt abermals seine Qualität. Ist ein richtig starker Rückhalt geworden mittlerweile beim Halleschen FC. Wir bewegen uns mittlerweile in der Schlussphase. Und Halle würde gerne hier den Dreier mitnehmen. Um die Relegation zumindest noch weiter in Blickweite zu haben. Pascal so mit der Mega-Chance. Trifft er auch nicht schlecht. Geht dann aber knapp links vorbei. Und nun nochmal der SV Meppen. Beide gingen auf Sieg. Und hatte das einer drin. Piyosek nochmal. Steckt drüber. Und das Leugas. Und er macht das Tor. 89. Spielminute. Der Lucky Punch. Auf Seiten der Gastgeber nicht verdient. Aber das ist in dieser Situation egal. Bitter für Halle. Der Punkt wäre am Ende sicherlich verdient gewesen. Meppen macht es in allerletzter Minute. 1860 startete schlecht rein gegen Preußen Münster. Da machte Akono in der 27. Minute das 1 zu 0 für die Gäste. Und es kam noch schlimmer in der 45. Also unmittelbar vor dem Pausenpfiff köpfte Martin Kobielanski das 2 zu 0 für die Gäste. Aber die Löwen konnten dann aufdrehen im zweiten Durchgang. In der 76. gab es dann durch Markus Sireis das 1 zu 2 ebenfalls ein sehenswerter Kopfball. Und in der 84. kam dann auch noch der Ausgleich für die Münchner Löwen. 84. Minute. Philipp Steinhardt bleibt eiskalt. Setzt den Ball an den Pfosten von dort. Geht da ins Netz. Und somit trennt sich in einer spannenden und torreichen Partie Münster. Und 1860 mit 2 zu 2. Braunschweig verlor mit 1 zu 0 beim Tabellenführerhaus Osnabrück und Groß Asbach sammelte den wichtigen Dreier ein zu Hause gegen 1860 am Montagabend in der 88. Minute. Braunschweig hier zu Hause aber vielleicht sogar leicht favorisiert. Und so konnten sie dann auch durch Jari Otto in der 8. Minute in Führung gehen. Ein fünftes Saisontor heute in der Startaufstellung, weil Stefan Fürstner gelb gesperrt fehlte. Und eine wunderbare Anfangsphase somit für Braunschweig. Dann aber eine Riesentat von Fejic. Nach knapp 35 Minuten hatte hier Jonjic eine riesengroße Möglichkeit. Der Ball sollte aber noch nicht rein. Etwas zu zentral getreten. Nochmal vor dem Pausenpfiff die Braunschweiger. Janza über die rechte Seite auch sehr aktiv. Die Flanke von Burga noch abgefälscht. Und dann ist Bernd Nierichter mit dem Kopf. Aber der geht dann nur ans Aluminium. Das heißt alles offen für den zweiten Durchgang. Braunschweig wollte es aber schnell klar machen und den nächsten Treffer erzielen. 52. Minute. Eckball von der linken Seite ebenfalls sehr gefährlich reingetreten. Und Bär testet dann Broll. Der reagiert gut aus kurzer Distanz. Verhindert er das 2 zu 0. Aber jetzt auch mal wieder Groß Asbach. Viel war von ihm nicht zu sehen im zweiten Durchgang. Fitzdum. Aber der Schuss ist dann wieder zu schwach, um einen wie Fejic aus der Reserve zu locken. Keine Viertelstunde mehr zu spielen. Nochmal Braunschweig auf Jari Otto von Philipp Hofmann. Der Ball am Ende ohne Ertrag. Dennoch bringt Braunschweig diesen wichtigen 1 zu 0 Sieg über die Runden. Und damit ziehen sie von Groß Asbach etwas weg. Und so vor allem auch extrem wichtige Punkte und viel Luft im Abstiegskampf. Der VfR Aalen wurde nochmal am Leben gehalten. Von Peter Sliskovic in der letzten Minute gegen den FC Kaiserslautern. Und hier gegen Lotte machte Nikola Sessa in der 8. Spielminute ein richtig schönes Tor aus der Distanz. Zieht er da ab und lässt dem Schlussmann der Lotter der Sportfreunde keine Chance. 49. Minute. Chateau dann aber mit dem Ausgleich hat etwas Glück, dass er da Geier noch an der Hand erwischt. Ansonsten, oder ob es die Hüfte war, jedenfalls prallt er von diesem Körperteil in den Kasten. 59. Minute 2 zu 1 dann wiederum für den VfR Aalen. Luka Schnellbacher bekommt den Ball rübergelegt und setzt ihn dann flach unten links rein. Die Hoffnung keimte nochmal auf, aber in der 75. Minute dann Gerrit Wehkamp nach Pfostenschuss von Toni Jovic. Staubt da ab, hält nur noch den Fuß hin bzw. schießt mit der Seite ein. Aber noch nicht das Ende des Liedes. Luka Schnellbacher, Doppelpack. 80. Spielminute, das 3 zu 2. Das Entscheidende in dieser Situation. Und tatsächlich kommen jetzt doch mal Hoffnungen auf für den VfR Aalen im Abstiegskampf. Der 1. FC Kaiserslautern spielt in dieser Saison extrem unkonstant. Und das sah man auch hier gegen Cottbus wieder. Die waren gut aufgelegt, die Lausitzer. Und so konnten sie hier dann durch Dimitar Rangelov das 1 zu 0 erzielen. Da waren keine 20 Minuten gespielt. 33 Minuten dann von der Uhr sogar das 2 zu 0 durch Streli Mamba. Lennart Grill hinten konnte einem leidtun. Haino fehlte gelb gesperrt. Und das merkte man, die Ordnung in der Defensive bei den Roten Teufeln war einfach nicht gegeben. Dann passierte es sogar noch vor der Pause zum 3 zu 0. Jetzt wurde es wirklich rabenschwarz für die Gäste vom Betzenberg. Aber sie machten einfach einen guten Job, eine klasse Partie. Und die Elf von Pele Wollet glaubte weiter dran, hier den Klassenerhalt noch zu schaffen nach der bitteren 2 zu 1 Pleite in Jena. Dann machten sie sogar durch Marcello Freitas das 4 zu 0. Also bei Kaiserslautern lief wirklich gar nicht zusammen. Immerhin konnten die in schwarz gekleideten Gäste durch Jan Löhmannsröben noch den Ehrentreffer erzielen. Auch sensationell getroffen. Schön gemacht. Aber für Kaiserslautern geht es dann in der nächsten Woche dann um die nächsten drei Punkte. Wahrscheinlich um die goldene Ananas. Ostduell in Rostock im Ostseestadion war der FC Kaiserslautern zu Gast. Und bei den Gästen ist nochmal Hoffnung aufgekommen nach dem Sieg gegen ebenfalls abstiegsbedrohte Cottbusser. Die erste Möglichkeit hier gehörte aber den Gastgebern der FC Hansa Rostock erkämpfte sich. Noch ein 1 zu 1 gegen Fortuna Köln zum Aufstieg wird es vermutlich nicht mehr reichen. Aber über Altschwede ging es dann hier immer wieder über die rechte Seite gefährlich nach vorne. Jetzt auch mal die Gäste Tizu, Brückmann und Gelios muss sich mal auszeichnen. 37. Spielminute, offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Aber mit noch keinem Treffer nach 45 Spielminuten. Aber Rostock wurde jetzt im zweiten Durchgang noch stärker. Cebio Suku mit der Flanke. Folgmann kann es erstmal klären, aber der FC Hansa bleibt dran. Dann Altschwede nochmal in die Mitte zu Mienis Pepic. Und dann der Schuss von Öztürk. Gar nicht mal verkehrt. Koppens hält den Ball. Starke Parade. Aber von Jena mittlerweile nach vorne. Nur noch im Ansatz was zu sehen. Viertelstunde noch auf der Uhr. Rostock drückte auf den Führungstreffer. Schärf mit der Flanke. Und da ist dann Cebio Suku und macht in der 77. Minute das 1 zu 0. Sein zehntes Saisontor macht er klasse gegen die Laufrichtung. Und Koppens kommt nicht mehr an den Ball ran. Fünf Minuten noch auf der Uhr. Und jetzt wurde von Mervili Biancati die Chance genutzt, alles zu entscheiden. Der Kongolese mit dem 2 zu 0. Und dem verdienten Endstand für Rostock. 87. Minute. Jetzt war alles klar. Jena kam nicht mehr nach vorne. Allgemein war das nach vorne. Deutlich zu wenig von den Gästen und so. Der verdiente Sieg hier für die Gastgeber. Die Gäste aus Köln gingen mit 1 zu 0 in Führung, weil Hamdi Damani den Fehler in der Defensive ausnutzte. Da können die Wehner nicht den Ball klären. Und Hamdi Damani hat eine klasse Schusstechnik. Zeigt er hier. Daniel Kofi-Schere macht in der 35. Dann aber den Ausgleich ebenfalls sehr sehenswert. Wunderbare Direktabnahme von Niklas Schmidt verlängert. Und dann wuchtet er den per Volley ins rechte Eck rein. Und in der 77. Minute wurde das Ganze dann auf den Kopf gestellt. Niklas Schmidt mit dem 2 zu 1. Also nach Rückstand kommt Wienwiesbaden zurück. Nach der Pleite in Zwickau mussten sie das jetzt aber auch. Und die Hoffnung auf den direkten Aufstieg bleibt damit erhalten. Die Gäste aus Zwickau gingen hier mit 1 zu 0 in Führung durch Ronny König in der 56. Spielminute. Und er war schon erfolgreich, als die Zwickauer zuletzt das Spitzenteam aus Wienwiesbaden schlagen konnten. Zu Hause im Stadion Zwickau mit 2 zu 1. Neun Minuten vor dem Ende aber Sascha B. Galke mit dem Ausgleichstor. Bleibt da Eisigkeit vor Brinkis. Und die Hachinger nach dem 4 zu 0 in Karlsruhe oder nach der 0 zu 4 Pleite mussten dann auch hier die Niederlage hinnehmen. Leon Lauberbach in der 84. Spielminute setzt sich im Kopfballduell durch. Und die Zwickauer entführen die drei Punkte aus dem Alpenbauer Sportpark. Am Ende sehr spät, aber durchaus verdient. Der KFC Oerding konnte endlich mal wieder gewinnen. Und zwar mit 3 zu 1 bei den Sportfreunden aus Lotte. Aber Osnabrück ist nochmal ein anderes Kaliber. Spielt hier von Beginn an stark nach vorne. Giert auf Anas Uahim. Und das 1 zu 0 in der vierten Spielminute. Das zweite Saisontor für den Mittelfeldmann macht er richtig stark. Bleibt cool und gehört mit der Vorlage. Nun aber auch der KFC Oerding mal nach vorne. Dann Konrad hat die Übersicht und Rodriguez muss es hier machen. In der 28. Minute. Körbe war eigentlich schon geschlagen. Dann drischt er den noch rüber. Fehlen nur ein paar Zentimeter am Ende. Wäre trotzdem das 1 zu 1 notwendig gewesen. Zweiter Durchgang. Die Krefelder noch stärker und dann auch mit dem verdienten Ausgleich. 57. Minute. Sein siebtes Saisontor. Stefan Aigner nickt das Ding ein. Nach Vorlage von Beister. Für Körbe aus kürzester Distanz natürlich keine Reaktionszeit mehr. Osnabrück wollte gleich antworten. David Blacher mit der Vorlage auf Benjamin Gürt. Der hoppelt aber nur in Richtung Benz. Und der hat kein Problem damit. Den festzuhalten. Trotzdem in der Schlussphase. Die Gäste nochmal erpicht darauf den Treffer zu erzielen. Gürt steckt clever. Durch zu Marcos Alvarez. Kein Abseits. Und der Siegtreffer in der 84. Minute. So spielt ein Tabellenführer. Und im Endeffekt wohl auch verdienter Aufsteiger. Uerding schlägt sich zwar gut, aber muss trotzdem die Niederlage hinnehmen. Der VfL Osnabrück als Tabellenführer eben einfach eine Nummer zu groß. Die Würzburger Kickers und der Karlsruher SC beendeten den 33. Spieltag am Montagabend. Achte Spielminute. Standardsituation für die in blau gekleideten Gäste. Die hatten sich warm geschossen zuletzt gegen die Spielvereinigung unter Haching. Hier war es Gordon in der neunten Spielminute mit der ersten Chance. Die war nicht verkehrt und hätte durchaus schon zur frühen Führung führen können. Und der KSC machte stark weiter. Keine 20 Minuten gespielt. Lorenz mit der Flanke. Kurzweg kann es nicht richtig klären. Stieflauch zu Wanicek. Und in der neunzehnten Spielminute stand es dann hochverdient. 1 zu 0 für die Gäste. Das war kein guter Auftritt der Würzburger Kickers. Weiter Durchgang. Sontheimer mit dem Ball jetzt mal über die rechte Seite. Vielleicht jetzt mal über einen Konter. Baumann ist da relativ frei, aber die Flanke ist dann zu schwach. Gordon passt auf. Wanicek köpft das Ding aus der Gefahrenzone. Viel mehr kam von Würzburg nicht. Und dann nochmal der KSC. 10 Minuten vor dem Ende. Fink legt nochmal raus zu Lorenz. Eine klasse Bewegung. Was er da macht ist dann überragend. Und da sieht dann noch Fink. Der macht in der 81. Alles klar für die Gäste. 2 zu 0. Und damit festigen die Gäste aus dem Wildparkstadion ihren zweiten Platz. Hochverdient gewinnen sie hier zum Abschluss des 33. Spieltags mit 2 zu 0 gegen die Würzburger Kickers. Jo, das war es dann auch wieder mit der Prognose. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und ciao.